Der Mississippi, Amerikas mächtiger Strom. Lange schien es, als wäre er vergessen. Als Old Man River, nur mehr ein ferner Mythos. Doch jetzt entdeckt Amerika ihn wieder, als Quelle seiner Musik, seiner Kultur und seiner Lebensweise. Als Heimat von Elvis Presley und Mark Twain. Eine Reise auf und am Mississippi führt uns zur Seele dieses großen Landes. Memphis, Tennessee. Die größte Stadt am Mississippi. Die Union Street hat sich kaum verändert seit jenem 5. Juli 1954, der diese Straße zum Mekka für Musikfans machte. Und noch immer gibt es die Sun Studios. Sie waren an diesem geschichtsträchtigen Tag das Ziel eines jungen Lastwagenfahrers und seiner Band aus dem nahen Tupilo. Elvis Presley und seine Freunde haben eine Verabredung mit dem Studioboss Sam Phillips. James Lott ist heute Aufnahmeleiter in den Sun Studios. Aber er kann die Geschichte jener Nacht erzählen, als sei er selbst dabei gewesen. Nach Stunden erfolgloser Probeaufnahmen improvisierte Elvis in einer Pause eine traditionelle Melodie, die er von schwarzen Musikern in seiner Nachbarschaft her kannte. Als sie damit anfingen, legte Elvis einen Akkord vor. Und Scotty ergänzte das mit einer rollenden Begleitung auf der Gitarre. Well, that's alright, Mama. That's alright for you. That's alright, Mama. Sam unterbrach jetzt seine Arbeit, öffnete die Tür zum Studio und rief, wartet einen Moment, spiel das nochmal. Ich starte das Band, das klingt richtig gut. So ging das los mit diesem Lied. An diesem Tag begann der Aufstieg des Elvis Presley. Und es war der Urknall des Rock'n'Roll. Sein Echo zieht auch heute noch Musiker aus aller Welt in die Stadt der Mississippi. 10.000 Kilometer hat die Cadillac-Band aus Schweden bis nach Memphis zurückgelegt. Veteranen des Rock'n'Roll. Jetzt sind sie am Ziel. Manche von ihnen haben Elvis noch selbst auf der Bühne erlebt. Seit 50 Jahren sind sie in einem Geschäft, das Rock'n'Roll heißt und ihr Leben ist. Und dafür, sagen sie, gibt es keinen besseren Ort als Memphis und die Beale Street. Kneipe an Kneipe und jede bietet Musik live. Seit jeher ist diese Straße ein Sprungbrett für Karrieren und auch Endstation für gescheiterte Träume. Kaum angekommen, bastelt die Band aus Schweden an der Setliste für den Abend. Für das erste Konzert. Wir wollen ein bisschen was von allem spielen. Elvis, Ricky Nelson. Eine Mischung. Einige Balladen. Einige Oldies. Und natürlich Rock'n'Roll. Ein Blues. Eine Mischung aus allem. Für mich wird ein Traum wahr. Seitdem ich ein Baby war, höre ich Musik. Elvis, Rock'n'Roll, alles. Es ist einfach großartig. A mission. A mission in Memphis. Ich bin überwältigt. Das ist das Ding. Hier hat alles angefangen. Dann, endlich. Tommy und seine Band können loslegen mit ihrer Mission in Memphis. Für die Musiker aus Schweden ist es ein Lebenstraum. Lange haben sie für diesen Trip zusammenlegen müssen. Es ist 9 Uhr abends. Auch Rock-Veteranen aus Europa müssen den Laden füllen. Nur das zählt für den Inhaber. Einen Exoten-Bonus gibt es hier nicht. Gespielt wird, was den Touristen gefällt. Und die kommen vor allem wegen einem. Elvis. Für seine Fans lebt der King auch Jahrzehnte nach seinem Tod 1977. Seither ist Graceland die Pilgerstätte des Elvis-Kults. 600.000 Menschen zieht es jährlich hierher. Nur das Weiße Haus in Washington hat mehr Besucher. Elvis war 22, als er Graceland kaufte. Hier verbrachte er den Rest seines Lebens. 20 Jahre. Nur selten hatte er Gäste. Ihnen erzählte Elvis gerne die Geschichte über den amerikanischen Präsidenten, der dem damaligen sowjetischen Führer Khrushchev Graceland zeigen wollte. Als Beweis dafür, wie weit es ein armer Junge im Kapitalismus bringen kann. Für Elvis' Eltern erfüllte sich ein amerikanischer Traum. Nach Jahren in bitterster Armut verlebten sie hier ihre letzten Jahre. Als es stiller um seine Karriere wurde, verkroch sich Elvis in Graceland. Vor allem im Jungle Room, seinem Lieblingsplatz. Auf der Couch, neben dem Wasserfall, konnte er von Hawaii träumen. Und hier nahm er seine letzten Songs auf. Die Besucher bekommen nur das zu sehen, was sie glauben sollen. Die Räume, in der sich die privaten Tragödien des Stars abspielten, bleiben verschlossen. Auch uns zeigt man nur die Glitzerwelt, die Trophäen der Karriere. Goldene Schallplatten und aberwitzige Bühnenanzüge, in die er sich nur allzu oft hineinhummern musste. Nichts, so wollen es die Nachlassverwalter der Elvis Presley Enterprises, darf einen Schatten werfen auf das Andenken des großen Elvis. Auf den Mythos. Auch Gibson ist ein Mythos. Das Instrument für die Gitarrengötter. B.B. King spielt sie, Clapton natürlich und Keith Richards. Es ist Jim Dawson's Job, eine Gibson zum Leben zu erwecken. Früher ist er mit Bands durch die Lande getourt und er weiß daher, was man mit einer Gitarre alles machen kann. Vor acht Jahren, mit 50, war dann Schluss. Jetzt ist Jim Gitarrenprüfer. Lange hat es gedauert, bis man uns erlaubt hat, hinter die Kulissen zu schauen. Hier ist vieles noch reine Handarbeit für die Herstellung eines Luxusguts. Das ist toll. Du machst kleine Kinder, in die sich irgendjemand verlieben wird. Das wollte ich immer und deshalb bin ich hier. Eric Lehmann spielt, wie die meisten hier, Rock'n'Roll und Blues und verbindet Job und Hobby. Meine erste Gitarre war eine Gibson. Die habe ich bis heute. Vielleicht ist das hier eine Art Traum, aus dem ich nur noch nicht aufwachen möchte. Diesen Klang kann man nicht kopieren. Du spürst ihn beim Spielen. Keine andere Gitarre fühlt sich an wie eine Gibson. Es ist dieser warme, volle Klang der Fans so fasziniert. So aufwendig wie in Memphis werden nur noch die Spitzenprodukte gefertigt. Gerade mal 50 Gitarren verlassen pro Tag das Werk. Die Detailversessenheit hat ihren Preis. Zwischen 3000 und 5000 Dollar kann so ein Stück kosten. Manche noch viel mehr. Ob sie ihr Geld wert ist, das stellt sich erst heraus, wenn Jim Dawson die letzten Feinheiten eingestellt hat. Hier klingt dann zum ersten Mal, was bald auf den Bühnen und in den Hallen der Welt seinen Auftritt haben wird. Vielleicht funktioniert der Mythos Gibson nur in einer an Mythen so überreichen Stadt. So wie der Zauber all der bunten Lichter erst bei Dunkelheit. Eine Woche lang hat die Cadillac Band in Memphis gastiert. Aber noch ist ihre Mission nicht ganz erfüllt. Am letzten Abend geht es zur Plattenaufnahme ins Sun-Studio. Dorthin, wo Musikgeschichte geschrieben wurde. James Lott, der Aufnahmeleiter, arbeitet in Nachtschichten. Denn tagsüber gehört das Studio den Touristen. Mit was wollen wir anfangen? Jetzt ist es für die Musiker aus Schweden fast so, wie zu den Zeiten, als Elvis, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash hier aufnahmen. Für James Lott ist der Mythos vor allem gut fürs Geschäft. Der Klang von 50 Jahren Musik ist in diese Wände gesickert. Von diesem Sound will sich die Cadillac Band heute Nacht inspirieren lassen. Ein Augenblick, auf den sie lange gewartet haben. In meinem Kopf hatte ich immer das Sun-Studio, wo all das Große passierte. Ein magischer Ort. Davon habe ich geträumt, seit ich ein Junge war. Und irgendwie wusste ich immer, dass ich auf den Spuren von Elvis eines Tages hier spielen würde. Und so ist es auch gekommen. Für diesen Abend hat die Cadillac Band ein Lied komponiert. Ihre Hymne an Memphis. Tommy, Ulf und ihre Kollegen aus Schweden. nehmen Abschied von Memphis. Und wir freuen uns auf den Mythos, der den meisten Amerikanern einfällt, wenn sie den Namen Memphis hören. Einmal im Jahr strömen die Massen an den Mississippi. Memphis ist alljährlich Austragungsort der Weltmeisterschaft im Barbecue. Hier dreht sich alles nur ums Schwein. 250 Teams haben sich für diesen Wettbewerb qualifiziert. Einer von ihnen, Craig Blondis, Inhaber einer Kette von Barbecue-Restaurants. Er ist ein Profi. Wir kommen hierher, um eine gute Zeit zu haben. Gemeinschaft, darum geht es beim Barbecue. Rumhängen, Bier trinken, die Scheiße rauslassen. Das sagt man doch auch in Deutschland so. Darum geht es, um Gemeinschaft. Das Fest in Memphis dauert drei Tage lang. Es ist viel mehr als ein Wettbewerb. Barbecue ist das Bekenntnis zu einem Lebensgefühl. Das große Band, das alle Südstaatler verbindet. Und wer von woanders hierher kommt, der erlebt Barbecue auch als Gastfreundschaft. Herzlich und rau zugleich. Mit unserem Grillen hat ein richtiges Barbecue nichts zu tun. Erfahren wir von Jimmy Dodds, der seit vielen Jahren dabei ist. Jeder hier hat seinen eigenen Stil. Wir würzen das Fleisch trocken, reiben es ein und lassen das Aroma einwirken. Egal ob zwei Stunden oder 20 Minuten. Dann auf den Grill. Für uns im Süden kommt nur Hickory-Rauch in Frage. Ein kurzer Kuss der Flammen, ein ganz klein bisschen Schwärze. Dann nimm die Hitze zurück, nur indirekt. Eigentlich ist es eine Art Backen, vier oder fünf Stunden lang. Und zum Schluss kannst du die Knochen rausdrehen. In den Smokern wird zart, was einst als das Essen armer Leute galt. Zähe und billige Teile des Schweins wie Rippen, Schultern oder Füße. Der Rauch erzeugt Aroma, ganz ohne teure Gewürze. Das spanische Barbacoa wurde ursprünglich in einer Grube zubereitet. Aus der Karibik brachten Sklaven die Tradition auf die Plantagen im Süden der USA. Schon lange ist Barbecue auch Volkssport. Wer in Memphis Weltmeister werden will, muss sich vorher in lokalen Wettbewerben qualifiziert haben. Bob Lewis und Jim Penrath gehören zum Team der Crispy Critters, der knusprigen Viecher. Und sind seit 28 Jahren dabei. Sie kommen aus allen Teilen der USA und aus allen Berufen. Und treffen sich sechsmal pro Jahr. Wir nehmen das Kochen sehr ernst. Wir haben auch unseren Spaß, aber beim Kochen wird es ernst. Und dann zählt für uns nur der erste Platz. Wir mögen die Party, aber wir sind hier, um zu gewinnen. Unten am Fluss scheint die ganze Stadt versammelt. Das alte Zentrum dagegen, rund um die Main Street, wirkt in diesen Tagen wie ausgestorben. Wie damals, vor 40 Jahren, als Memphis Geschichte machte. In den Tagen der Wut, des Zorns, der unvergessen ist. Den Tagen des Kampfes. Schwarze Arbeiter der Müllabfuhr streikten, verlangten gleiche Löhne und Arbeitsbedingungen wie ihre weißen Kollegen. Acht Wochen, die Amerika erschüttern. Ein Wendepunkt der Geschichte. Martin Luther King kommt, der Führer der Bürgerrechtsbewegung. Er wohnt im Lorraine Hotel. Am 4. April 1968, gegen 6 Uhr abends, tritt King auf den Balkon vor Zimmer 306. Dann fällt ein Schuss. King wird tödlich getroffen. Heute ist das Hotel das National Civil Rights Museum. Es hält die Erinnerungen von Generationen schwarzer Amerikaner lebendig. Erinnerungen, die niemanden, ganz gleich welcher Hautfarbe, unberührt lassen. Erinnerungen an den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen eine übermächtige Staatsmacht. Gegen diesen zivilen, gewaltlosen Ungehorsam marschierte die Nationalgarde auf. Manche Besucher haben es noch am eigenen Leibe erlebt. Ich war hier manchmal wütend, manchmal stolz, manchmal auch verwundert. Jetzt verstehe ich einiges besser, weil man alles an einem Ort sehen kann. Ich habe einiges davon selbst miterlebt. Damals habe ich vieles nicht verstanden, aber rückblickend kann ich alles jetzt viel mehr würdigen. Lana Bardo ist hier der Geschichte von Rosa Parks wieder begegnet. Der schwarzen Frau in Montgomery, Alabama, die sich eines Tages einfach auf die für weiße reservierten Plätze im Bus setzt. Und sich aufzustehen weigert. 50 Jahre ist das her und viel hat sich geändert für Lana und ihren Sohn Steven. Mein Sohn hier begleitet uns. Er ist Sportkommentator und in den Tagen, als ich ein Kind war, wäre so ein Job für ihn nicht möglich gewesen. Als Vater möchte ich, dass meine Kinder wissen, wie es mal war. Denn die Möglichkeiten, die sie heute haben, verdanken sie den Ereignissen von damals. Es war wichtig, dass wir uns das gemeinsam angesehen haben. Das war eine besondere Erfahrung. Stevens Mutter Lana ist damals mitmarschiert nach Washington. Zur mächtigsten Demonstration in der Geschichte Amerikas. Dort hörte sie Martin Luther King. Ein Traum, der sich auch erfüllt hat für den Mann, der damals zwei Jahre alt war und heute Präsident ist. Auch für Familie Walkins hat sich mit der Wahl Obamas ein Traum erfüllt. Jetzt lernt man die Vergangenheit schätzen. Ich habe immer gesagt, lass doch die Vergangenheit, gestern war gestern. Aber man muss sich an gestern erinnern, um das heute und morgen zu würdigen. Diese Kinder haben hier den ganzen Kampf gesehen und nun haben sie Obama gesehen. Dafür haben unsere Eltern gekämpft und unsere Großeltern. Rund um dieses Museum sprechen und diskutieren vor allem schwarze Besucher über ihre Eindrücke. Unten am Flussufer herrscht seit Stunden Partystimmung. Der Miss Piggy-Wettbewerb gehört zum Höhepunkt der Barbecue-Weltmeisterschaft. Auch für Millionen Amerikaner vor dem Fernsehschirm. Nach Stunden sind die Rippchen, Schultern, Schweinehälften durchgegart. Ihr Duft liegt schwer über dem Mississippi-Ufer. Jetzt heißt es warten, bis irgendwann die Jury vorbeikommt und ihr Urteil fällen wird. Doch das ist für die meisten nur mehr Nebensache. Wir Amerikaner wollen vom Erbe sprechen, nicht vom Hass, sagt der Soziologe und Südstaatenexperte John Shelton Reed. Barbecue steht für ein Erbe, das wir alle teilen und auf das wir stolz sein können. Wie könnten wir von Memphis, der Stadt der Mythen am Mississippi, schöner Abschied nehmen, als mit einer Party an diesem großen Strom? Nach einer langen Nacht erwartet uns zwei Autostunden von Memphis entfernt die US Army. Heute haben Mark Manning und Donnie Armstrong Dienst auf der Eddy. Der gesamte Flusslauf untersteht dem US Army Corps of Engineers, denn die Lebensader des Landes will Amerika nicht privaten Zivilisten überlassen. Die Fähre verbindet das Flussufer mit ihrer Basis in der Mitte des Mississippi. Unser Ziel ist die Hurley, das Flaggschiff und der ganze Stolz des Ingenieurkorps. Mark ist hier einer der Offiziere. Die Hurley ist wie ein riesiger Staubsauger. Sein Motor liegt im Hauptschiff, einem 100 Meter langen und 20 Meter breiten Ungetüm mit fünf Decks. Das Auspuffrohr ist über 300 Meter lang. Die Hurley ist rund um die Uhr in Betrieb. Hier sehen Sie den Abfluss. Wir pumpen den Sand aus der Fahrrinne durch das Rohr auf die Sandbank. Das ist unser Abraum, etwa 3.500 Kubikmeter pro Stunde. Alle paar Stunden braucht der Staubsauger eine Reinigung. Für Captain Frank Seagree ist der riesige Saugkopf die entscheidende Waffe im Kampf gegen die Versandung des Flusses. Fast fünf Meter tief hat er sich in den letzten Tagen in das Flussbett gegraben und dabei alles rausgeholt, was sich in den trüben Fluten abgelagert hat. Der amerikanische Kongress hat dem Army Corps per Gesetz einen klaren Auftrag erteilt. Mindestens drei Meter tief und 100 Meter breit muss der Schifffahrtskanal auch beim niedrigsten Wasserstand sein. Der Victoria-Bogen ist eine der kritischen Stellen für Schleppverbände wie diesen, mit 30 Lastkähnen, die über 30.000 Tonnen Kohle befördern. Es ist ein immerwährender Zweikampf zwischen dem Captain und der Macht der Natur. Hier sehen Sie den Weg, den der Fluss früher durch den Victoria-Bogen nahm. Wir haben einige Buhnen angelegt. Die sind jetzt versandet. Die Fahrrinne verlagerte sich zur Sandbanking. Dahinter sind Deiche. Wir baggern an diesem unteren Ende. Versuchen die Fahrrinne zu verbreitern, damit größere Schubverbände hier fahren können. Sie können ja selbst beobachten, wie wenig Platz diese Schlepper hier haben. Wer hier nicht auf Anhieb richtig navigiert, der landet in vermintem Gelände. Nur von Juni bis November, wenn der Mississippi Niedrigwasser hat, kann die Hurley ihrer Sisyphos-Arbeit nachdenken. Der Sand wird dabei lediglich von einer Stelle zur nächsten verlagert. Jahr für Jahr muss die Hurley hier wieder vor Anker gehen. Die Maschinen des Sandsaugers laufen Tag und Nacht. Wie alle hier an Bord arbeitet Chefingenieur Michael Barton in zwölf Stundenschichten. Sieben Tage ist er an Bord, dann hat er zwei bis drei Tage Landgang. Es ist ein ruhiges Leben auf dem Fluss. Frank Seagree führt es seit 23 Jahren. Ich kenne nichts anderes als die Arbeit auf Booten. Ich möchte nichts anderes machen. Auf dem Land fühle ich mich verloren. Die meisten hier sind auf dem Wasser zu Hause. Das ist unsere Liebe. John D. Boyd Senior ist vielleicht der wichtigste Mann an Bord. Zweimal täglich im Einsatz für die 30-Mann-Besatzung, die gerade ihren Dienst tun. John muss den Geschmack aller seiner Landsleute treffen, egal ob aus New York oder Alaska. Heute gibt es Hühnerfrikassee. Wären wir am Vortag gekommen, hätten wir seine Spezialität kosten können. Prime Rib im scharfen Kräutermantel. Zweieinhalb Stunden muss es kochen. Dann bräunen wir es 30 Minuten. Auf Dampf halten wir es warm. Dazu gibt es Backkartoffeln, Sauercreme, Butter und Gemüse. Dazu Suppe und Brot. Einmal die Woche. Samstags und dienstags gibt es Steak. T-Bone wahrscheinlich am Samstag, Rib-Eye am Dienstag. Es gibt nicht viele Überraschungen auf der Hurley. Manchmal kommen Schiffe vorbei. Die meisten Kapitäne und ihre Geschichten kennt Captain Frank. Aber nur über Funk. Wir sind keine große Gemeinschaft. Wir unterhalten uns immer. Aber das Seltsame ist, dass man mit jemandem jahrelang gesprochen hat, bevor man ihm zum ersten Mal begegnet. Man fährt aneinander vorbei und lernt dabei doch Leute und ihre Familien kennen. Dann nehmen wir Abschied von Captain Frank, dem Army Corps und der Hurley, die so gar nichts Militärisches an sich haben. Auf seinem Eroberungszug akzeptierte der weiße Mann lange den großen Strom als Grenze zum Indianerland. Dann überschritten Millionen auf der Suche nach dem Glück den Mississippi. Den Tracks der Siedler haben sie bei St. Louis mit dem Gateway Arch ein monumentales Denkmal gesetzt. Doch das Land am Mississippi hat eine Geschichte vor dieser Eroberung. Cahokia ist die wohl größte Siedlung amerikanischer Ureinwohner nördlich von Mexiko. Ihre Pyramiden liegen in Sichtweite von St. Louis. Viele Generationen haben an der Pyramide der Mönche, dem Wahrzeichen von Cahokia, gebaut. Vor rund 1000 Jahren wohl der Sitz eines Herrschers über ein großes Reich. So könnte es ausgesehen haben, sagen die Archäologen. Einmal im Jahr bietet das Museum einen Tag der Artefakte. Der Andrang ist in diesem Jahr so groß wie nie. Immer mehr Amerikaner von heute wollen wissen, wer lange vor ihnen auf ihrem Boden gelebt hat. Bill Eisminger ist Leiter der Ausgrabungen in Cahokia. Von ihm und seinen Kollegen erfahren die Hobbyarchäologen vor allem, wie alt ihre Fundstücke sind und wozu sie den Ur-Uramerikanern einst dienten. Dies ist wahrscheinlich ein Messer. Etwa 6.900 vor Christus, also etwa 9.000 Jahre alt. Es wurde nachgeschärft, denn die Klinge ist angeschrägt, wie man hier schön sehen kann. Bestimmt 9.000 Jahre alt. Egal wie wertvoll die Artefakte sind, die Finder dürfen sie behalten. Meistens werden sie bei Bauern auf den Feldern hier gefunden. Oder bei Auktionen und von Freunden erworben. Vor allem beim Pflügen werden Fundstücke aus früheren Siedlungen entdeckt. Da kommt alles Mögliche zum Vorschein. Denn manche Plätze wurden sehr lange und von verschiedenen Kulturen benutzt. Hier lebten Menschen seit 10.000 oder 20.000 Jahren bis heute. Manche Stücke sind auch für Bill außergewöhnlich. Das ist vermutlich eine Wasserflasche, die ist etwa 800 Jahre alt. Was können diese Fundstücke von heute über das Leben ihrer einstigen Besitzer erzählen? Das Pyramidenreich von Cahokia hatte seine Blütezeit vor etwa 1000 Jahren. Über Aufstieg und Fall der Mississippi-Kultur rätseln die Forscher. Ich denke, dass Cahokia seine Größe und Bedeutung seiner Lage am Mississippi verdankt. Flüsse waren die Autobahnen jener Zeit. Es gibt fundierte Hinweise auf einen Fernhandel mit Kanus. Und der Boden am Fluss ist sehr fruchtbar. Das förderte die Landwirtschaft. Die Ressourcen hier waren üppig und der Fluss ermöglichte den Transport. Lange vor der Ankunft des Weißen Mannes haben seine Bewohner Cahokia verlassen. Niemand kann sagen, warum und wohin. Wir folgen dem Fluss, immer nach Norden, auf dem Highway von heute. Die 61 ist ein Mythos. Schon lange. Denn diese Straße steht für die Flucht aus einem vorgezeichneten Leben. Was werden jene Menschen vermuten, die dereinst in den archäologischen Städten der Zukunft graben? Was werden sie erfahren von all jenen, die am großen Fluss unterwegs waren? Von Ost nach West, von Süd nach Nord. Von Weißen und Schwarzen auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Nach Wohlstand. Nach Freiheit. Nach Glück. Nördlich von St. Louis wird das einst flache Land idyllisch. Sanft rollende Hügel begleiten die Reise zu unserem letzten Ziel. Seit mehr als 20 Jahren spielt L.A. Seuss auf dem Fluss. Anfangs auf richtigen Dampfpöten. Jetzt unterhält er die Gäste eines Ausflugsschiffs. Die Mark Twain ist benannt nach dem wohl berühmtesten Kapitän auf dem Mississippi. Der diesen Beruf aber nur ein paar Jahre ausgeübt hat. Bevor er Amerikas populärster Schriftsteller wurde. Hannibal ist sein Heimatort. Für Mark Twain war dieser Blick eine der schönsten Aussichten auf den Mississippi. Nur einen Steinwurf entfernt vom Ufer ist er als Samuel Langhorne Clemens aufgewachsen. Vor mehr als 170 Jahren. Den Zaun kennt jeder, der die Geschichte von Tom Sawyer gelesen hat. Das Elternhaus nebenan hat Twain mit 18 verlassen und den Rest seines Lebens nie mehr betreten. In seinen Erinnerungen aber verklärte es sich zur Heimat von Tom, verwandelte sich die dröge Kindheit des Schriftstellers in eine Abenteuerwelt. Hannibal nennt sich stolz America's Hometown. Alles dreht sich um Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Becky Thatcher und ihre Geschichten. Auf den Spuren von Tom Sawyer. Ein Ausflug in die McDouglas-Höhle, wie sie bei Twain heißt, geht heute nur mit einer Führerin wie Erica. Anders als damals, als sich Becky und Tom allein hierher wagten. Erica kennt sich bestens aus im Labyrinth der Höhlen. Vorbei an der Schatzkiste, die Tom und Hack reich gemacht hat, wagen wir uns tiefer hinein. Hier also müssen sich Tom und Becky hoffnungslos verlaufen haben. Und hier sind sie beinahe dem finsteren Indianer Joe in die Arme gelaufen. Erica findet den geheimen Ausgang, der Twains Traumpaar die Flucht ermöglichte. Die Geschichte hat ein Happy End, auch für Hannibal. Die kleine Stadt lebt vom Mythos ihres großen Sohns. Der Banjo-Spieler L.A. Suess hat hier nach Jahren als fahrender Musiker seine Marktlücke gefunden. Ich wurde alt und war kein Rocker. Warum nicht die Zeit zurückdrehen? Also entdeckte ich die Einfachheit eines Instruments an einem so schönen Ort wie einem Dampfer. Dort im Sonnenuntergang zu sitzen, das ist kein schlechtes Leben. Hannibal ist ein Freilichtmuseum, der perfekte Ort für Amerikaner auf der Suche nach einem Leben in der sogenannten guten alten Zeit. Eine verfallene Scheune hat sich Richard Garry als Ort für seine ganz eigene Zeitreise hergerichtet. Jahrzehnte war er als reisender Schauspieler unterwegs. In der kleinen Stadt der Mississippi hat er seine Bestimmung gefunden. Hannibal ist typisch amerikanisch. Es hat noch immer etwas von der Mentalität des Wilden Westens, wie zu den Zeiten von Mark Twains Kindheit. Es ging hier so rau zu wie später in Dodge City. Ob du es schaffst, denk nur von dir selbst ab. Niemand wird dir dabei helfen. Getreu dieser Maxime verwandelt sich Richard Garry täglich in sein alter Ego. Viele Jahre hat er sich durch dessen Texte gearbeitet, sie dramatisiert, sich nach alten Schallplattenaufnahmen die Sprechweise Mark Twains angewöhnt. Sogar Twains Marotte sich in der dritten Person vorzustellen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, bei dem Wissen und Wahrheitsliebe nur noch von seinem hochmoralischen Wesen und seiner stattlichen Erscheinung übertroffen werden. Mark Twain, ein Humorist, der wirklich lustig ist. Ich liebe Hannibal am Abend. Dann kann man den Lauf der Zeit verspüren und sich zurückversetzen in längst vergangene Tage. In Hannibal scheint es, als würde die Zeit tatsächlich stillstehen. Am Ufer des Mississippi. An Amerikas großem Strom. Der Mississippi hat schon immer das Leben der Menschen an seinen Ufern bestimmt. Jemand schrieb einmal, es gäbe die USA nicht ohne den Mississippi. Er ist das Tor zum Westen, ins Innere des Landes und er prägt uns. Amerika entdeckt in Mississippi seine Lebensader wieder. Einmal im Jahr versammeln sich in Memphis Zehntausende am Ufer des Old Man River. Die Sunset Symphony erweist dem Mississippi seine Referenz. In diesem Jahr mit Smetanas Moldau. Ein Abend und eine Nacht, nur um einen Fluss zu feiern. Die Sunset Symphony erweist dem Mississippi.